Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich röwe heute schon 24 Obst, das war nicht hoch. So. So. Alles klar, dann kommen wir erstmal her. In kleine Felder. Wir haben 15 Damen. Ups. Erstmal nicht schön, sondern mehr praktisch im Feld anlegen. So, gucken. Läuft das eigentlich? So. Okay. Rieskorn. Zack. Zack. Okay. Natürlich müssen wir das Ganze noch begießen. Noch habe ich eine sehr einfache Gießkanne später mit besserem Werkzeug kann man natürlich auch mehr Sachen machen. Es wird auch später die Möglichkeit geben, alles zu automatisieren, wo man dann automatisierte Wasserspender hat, die das Land dann automatisch befeuchten. Das wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis wir da hinkommen. So, dann wollen wir uns mal. Wir haben uns um das Land gekümmert. Kohle habe ich auch schon ein Stück. Und so. So. Kann ich denn schon... Ja, ich kann Fackeln machen. Jetzt müssen wir uns mal... So. 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 Da sieht man schon, die könnte man essen, man würde 15 Energie und 10 Lebensrug den Weg. Inventories. Ah, das Inventar ist natürlich voll, wie das unten liegt. Also wollen wir mal erstmal... Hallo! Hallo! Harway, I'm Harway, the local doctor. Also, jetzt ist der Arzt. Kannst mal verletzt sind, können wir da hin. Aber ich werde jetzt erstmal eine Sache machen, ich glaube die Musik ist ein etwas zu laut. So. Ich denke die Musik ist etwas zu laut. Alles klar. Na, wer haben wir denn hier? Äh... Animal Care Products. Livestock and Animal Care Products. Und at my Ranch. Okay, falls wir irgendwann mal Tiere haben, können wir hier Butter kaufen. Also, bei ihr an der Farm. Da ist der Saloon. Da ist der Saloon. Ich denke der ist nur abends geöffnet. Und dann haben wir hier. Wer ist das? Ja, ich bin jetzt nicht weg. Ach komm, lass mit dir reden. Penny. Ach, ok, er hat nicht sehr viel mit uns zu sprechen. Das ist die Kanalisation, da kommen wir glaube ich noch nicht rein, mal rein schon. Ich denke nicht, ich denke die ist doch schlussend. Es ist Locked, ja, hätte ich mir doch denken können. So, haben wir hier noch jemanden? Was ist das denn? Close until Summer, okay. Okay, hier ist der Schmied. Wo wir unsere Sachen upgraden können und wir können ja auch Erd und Kohle kaufen, ist aber nicht gerade billig für uns momentan. Also für das Geld, was wir momentan besitzen, ist das sehr viel. Was haben wir hier? Ist das schon offen? Ah, cool. Das Archäologie-Office. Die keine Artefakte besitzen. Okay, wenn ich irgendwelche Artefakte finde, soll ich ihm sie bringen. Und hier ist ein vermisstes Buch. Ja richtig, man kann auch Bücher sammeln. Die... Man muss da ganz genau auf den Boden achten. Wenn man irgendwo so Würmer aus dem Boden sieht, die aus dem Boden so ein bisschen rausgewackelt kommen, dann kann man an der Stelle graben und dann findet man manchmal ein Buch, manchmal auch andere Sachen. Aber erstmal wollen wir jetzt um vier. Okay, hier ist nichts. Wir laden offen. Hier ist Worm wieder da, alles klar. Man kann auch angeln in diesem Spiel. Das ist auch eine sehr schöne Gelegenheit. Und da ist... Ah ja, noch jemand. Wer ist denn das? Das ist, äh, Elliot. Der... 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 Wer lebt also am Strand in dieser Flamenhütte. Okay, wir haben uns jetzt schon mit ein paar Leuten bekannt gemacht. Mit sechs Stück, aber es ist noch acht... Müssen noch weitere 22 Leuten Hallo sagen. Was ist denn mit dir? Na... Na... Maru... Okay, sie wollten uns unbedingt kennenlernen. Okay, was ist mit ihr? Ich weiß ja schon ein bisschen... Evelyn! Ah, hallo! Willkommen zu unserer kleinen Community, hier! Oh, wir können sich Renni nennen, also... Ruma... Jodie... Als sie uns anders vorgestellt, hat sich uns anderes vorgestellt... Das ist Caroline... Hallo! Du musst be Kenji, der neue Farmer! Ich bin Caroline! Alles klar, das sind ja schon wieder ein paar Leute mehr, die wir kennengelernt haben... 10 von 28... Oh, wer ist der kleine Junge? Es ist Winston! Ich vertreten... Er darf zwar nicht mit Fremden sprechen, sagt seine Mutter... Aber wir scheinen uns zu reden... Okay, das ist Harvel, der ist nämlich besonders neu... Den haben wir ja schon erwartet... Was ist denn unsere andere Aufgabe? Kettig Started, genau. Cultivate in Harvest. Okay, wir müssen das nicht nur anbauen, wir müssen es auch abbauen. Das dauert einige Tage. Also in-game Tage natürlich ist das sehr unser Gefühl. Gut, ich hab noch ein bisschen Restenergie übrig. Ich denke, ich werde dann auf der Farben mal anfangen, noch ein paar Häume zu fällen. Mir dann eine Truhe zu bauen, weil man ja noch ein bisschen... Oh, da zum Beispiel vier Würmer. Ich nehme dann hier die Roh, glaube ich. Und da ist ein Buch. Was nehme ich denn dafür weg? Äh... Wie geht denn das? Ach ja, hier. Ein Buch. Ein verlorenes Buch der Bücherei. Das hat er erst doch nicht ins Inventar gebracht. Okay, ich werde dann morgen nochmal bei der Bücherei vorbei sein. Gucken, ob... Gut, da sind meine Pflanzen. Wollen wir mal weitermachen? Ja, erstmal... ...eine Strip. Sobald ich weiß, kostet das Kehne auch keine Länge, die... ...köftes Strip wegzumachen. Dann... ...das war Holz. Holz ist wichtiger. ... ... 54 Energie? Das ist ein kleiner Baum. Das ist ein gestochener Baum. Das ist ein gestochener Baum. Aber ich glaube, ich habe noch so genug, ja, ich habe genug Holz, um eine Truhe anzufertigen. Die Frage ist nur, wo packen wir diese hin? Ähm, wir wollen den Samen wieder wegwerfen. Gut, dann nehmen wir mal erst mal unsere erste Truhe. Ja, irgendwo. So. Hochplatz für all das Zeug, was wir gesammelt haben. Auf wie viel Energie? 20. Es ist auch 7 Monaten 10 abends, also ein paar... Ich hatte noch ein paar Steine weg. Du bist starten so viel Exalted, du wirst langsam müde. Oder Exalted, nicht müde, sondern... Ähm... Ja, das ist mein Englisch. Es ist einfach perfekt. Ähm... Wollen wir mal gucken. Naja, nicht wegpacken. Ich will den Fernseher anschalten. Wir können den Wetterreport und, äh... Zukunft vorher sagen lassen. Nicht machen den Wetterreport. Mal sehen, was kommt. Ich will den Wetterreport. Ich will den Wetterreport. Unterzeit. Dann nehmen wir mal einen Wetterreport. Und... Okay, morgen wird das Reckner, das heißt, dass wir die Pflanzen nicht gießen. Das ist ein Fortun-Teller. Okay, morgen wird das Reckner, das heißt, dass die Pflanzen nicht gießen. Was sagt das ein Fortun-Teller? Was? Die Bilder sind sehr displeased today, sie werden ihnen. Okay, die Geister sind ruhelos und sie wollen unseren Tag versauen, alles klar. Das kann ich jetzt aber gar nicht verstehen, dabei haben wir ihnen noch gar nichts getan. Ach, falsche Richte, du musst schon die F比s. Geister ist in Ruhe los. So, dann wieder auffüllen und wir haben noch sehr viel Energie übrig. Mal sehen, was gibt es denn heute zu tun? Okay, wir wollten dann der Fisch. Oh, wir haben einen Brief. Äh, keep finding cool stuff, but my backpack is full. Does that sound like you? Well, I see you powered W. Hotel, check, äh, oh, ein neues... Äh, eine Werbung für ein neues Backpack. Und noch ein Brief. Äh, okay, Willy will, dass wir zu Unim am Spier gehen und ihn begrüßen. Das haben wir ja gesehen, er stand ja, dass er morgen, also heute wieder zurückbleiben wollte. Okay, das ist ja... Okay. Okay.